Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Heute geht es nochmal um das Thema True Wireless Kopfhörer und zwar um die OneMore Aero. Von OneMore haben wir uns hier auf dem Kanal schon einige Kopfhörer angeschaut, die eigentlich immer ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Nun also die neuen Aero mit 10mm Treibern, verschiedenen ANC-Modi und auch einen 3D-Raumklang. Wie das so ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Let's go! Starten wir natürlich wie immer als erstes mit dem Lieferumfang. Zu euch nach Hause kommt der Kopfhörer in dieser Verpackung. Diese lässt sich dann nach links öffnen und wir haben hier auch schöne Details. Und hier haben wir dann als nächstes die Case mitsamt der Kopfhörer an sich, etwas Papierkram, ein USB-A auf USB-C Ladekabel und verschiedene Ohraufsätze. Hier ist es auf jeden Fall ganz wichtig, testet die verschiedenen Ohraufsätze mal durch. Denn so könnt ihr sehen, welcher von den insgesamt vier verschiedenen Ohraufsätzen für euer Ohr am besten geeignet ist. Bei mir sitzen die Standard-Ohraufsätze am besten, aber wenn ihr etwas größere oder auch kleinere Ohren habt, dann checkt das hier auf jeden Fall mal aus, denn das ist auf jeden Fall wichtig. Denn so habt ihr auch das beste Active Noise Cancelling und natürlich auch den besten Tragekomfort. Apropos Tragekomfort, hier muss ich sagen, sitzen die Kopfhörer auf jeden Fall sehr angenehm im Ohr. Also ich hatte es jetzt nicht, dass es irgendwie nach einer Zeit gedrückt hat oder irgendwie, ja, dass sie rausgefallen sind. Sie haben auch einen sehr festen Sitz, das finde ich auf jeden Fall auch ganz gut. Und auch wenn ich sie mal länger im Alltag getragen habe, haben sie bei mir auf jeden Fall auch sehr angenehm gesessen. Die Kopfhörer selbst, die bestehen aus Kunststoff und sind matt gehalten. Sie haben einen schlanken Look, könnten meiner Meinung nach aber vielleicht noch etwas kompakter ausfallen. Die One More Aero wiegen auch gerade mal 4,9 Gramm. Das ist auf jeden Fall auch sehr wenig und einem selbst fallen die Kopfhörer dann auch während der Bewegung kaum auf. Was eigentlich bei den meisten Kopfhörern Standard ist, haben wir natürlich auch hier. Wir haben Infrarotsensoren verbaut. Das heißt, nehmt ihr jetzt den Kopfhörer aus dem Ohr, pausiert automatisch die Musik, nehmt ihr den wieder ins Ohr rein, dann geht's weiter. Außerdem gibt es hier natürlich auch eine Touchsteuerung. So könnt ihr zum Beispiel die Musik pausieren, Anrufe annehmen und so weiter. Das können wir uns alles in der App nochmal gleich anschauen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aus denen man wählen kann. Was natürlich bei Kopfhörern sehr, sehr wichtig ist, neben dem Tragenkomfort und Design, ist natürlich der Sound. Wir haben hier 10mm Treiber verbaut. Das seht ihr hier in diesem Fall auch nochmal ganz gut. Und für den Preis bekommt man hier auf jeden Fall auch eine wirklich anständige Leistung. Denn wir haben einen relativ ausgewogenen Klang mit etwas stärkerer Präsenz im Tiefbass und leicht eingeschränkten Höhen. Vor allen Dingen der Bass, aber auch die Mitten, die gefallen mir hier bei den Kopfhörern wirklich gut. Und man bekommt hier eigentlich ein gutes Around-Paket. Das Einzige, was ich sagen muss, ich finde die Höhen, diese könnten hier bei diesen Kopfhörern irgendwie noch ein bisschen prägnanter sein. Eine Frage, die ich natürlich auch in diesem Video beantworten möchte und zwar, wie ist denn nun die Mikrofonqualität? Deswegen gibt es nun diesen kleinen Soundtest. Also alles, was ihr jetzt gerade hört, wird über die Mikrofone der Kopfhörer aufgenommen. Außerdem gibt es zu den Kopfhörern auch noch die passende kostenlose OneMore Music App. Die empfehle ich euch auf jeden Fall da nochmal runterzuladen, denn da gibt es noch ein paar weitere Einstellungsmöglichkeiten. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt nochmal an. Ich blende euch das Ganze natürlich wieder an dieser Stelle hier einmal ein. So sieht jetzt die App aus. Wir handeln hier ein Bild von den Kopfhörern. Übrigens beim ersten Start kriegt ihr auch mal die ganzen Infos zu den Kopfhörern. Und ihr könnt auch die Farbe der Kopfhörer auswählen, in meinem Fall schwarz. Deswegen wird sie auch passend in der App eingezeigt. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Und des Weiteren haben wir natürlich hier zum einen die Möglichkeit, die verschiedenen Modi auszuwählen. Ob ANC, Transparenz oder halt aus. Kommen wir kurz nochmal zum ANC. Und das muss ich sagen, gefällt mir hier bei den Kopfhörern eigentlich ziemlich gut. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wir haben ja natürlich jetzt hier die verschiedenen Abstufungen. Stark, da hört man einfach schon so ein ganz minimales Grundrauschen. Das merkt man aber auch wirklich nur, wenn man zum einen gar nichts hört oder sehr, sehr leise Sequenzen bei Podcast, Musik oder so. Wenn man jetzt ganz normal Musik hört auf, ich sag mal, 80% Lautstärke, merkt man das gar nicht. Wenn man das Active Noise Cancelling auf schwach stellt, dann ist es, ja, weniger. Oder es gibt auch WNR, da werden einfach die Windgeräusche herausgefiltert, beziehungsweise die nimmt man dann nicht so wahr. Und, ja, das empfehle ich euch auf jeden Fall, wenn ihr die Kopfhörer zum Beispiel beim Radfahren anhabt oder so. Denn sonst hört man die Windgeräusche doch schon stärker. Oder es gibt auch Adaptiv. Und es gibt natürlich auch den Transparenzmodus. Das heißt, wenn man das auswählt, hört man, was ohnehin noch mal los ist. Da werden dann, ja, die Umgebungsgeräusche mit den Mikrofonen aufgenommen. Aber alles im Allem muss ich sagen, zum ANC hat es mir auf jeden Fall gut gefallen. Die Umgebungsgeräusche werden hier gut rausgefiltert. Dann gehen wir hier mal auf Benutzerdefinierte Einstellung. Das habe ich euch vorhin schon mal kurz, ja, angesprochen. Und zwar können wir jetzt hier nun einstellen, was passieren soll, wenn wir zum Beispiel doppelt auf den Kopfhörer tippen, links oder rechts. Das war dann, gibt es auch räumliches Audio. Und das ist auf jeden Fall ganz cool. Kennen wir vielleicht auch schon von anderen Kopfhörern. Und da ist man einfach so ein bisschen mehr im Geschehen drin. Das merkt man auch besonders, wenn man jetzt den Kopf so ein bisschen nach links oder rechts dreht. Muss man sich anfangs vielleicht so ein bisschen daran gewöhnen. Aber ist auf jeden Fall ganz cool. Es gibt hier dann auch noch die Smart-Lauten. Da kann man einfach das Ganze noch so ein bisschen weiter anpassen. Aber apropos anpassen, das geht natürlich auch. Und zwar bei der professionellen Abstimmung. Und hier können wir das nochmal deutlich mehr im Detail anpassen, so wie wir das haben möchten. Schaut auf jeden Fall immer mal in die App rein. Denn hier gibt es natürlich auch dann die Update-Funktion, damit ihr mal auf dem neuesten Stand bleibt. Kommen wir kurz nochmal zur Akkulaufzeit. Ohne ANC kommt die hier so 6 bis 7 Stunden damit aus. Mit aktiviertem ANC so etwa 5, 5,5 Stunden. Aber es gibt natürlich immer noch die Ladecase. Da werden die Kopfhörer dann aufgeladen. Und ich sag mal, da kommt man auf jeden Fall dann easy zwei Wochen oder vielleicht auch länger damit aus. Nun sind wir auch schon wieder beim Fazit angekommen. Alles in allem haben die OneMoreAero gut im Alltag gefallen. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass wir einfach so ein minimales Grundrauschen haben, wenn wir ANC aktiviert haben. Ansonsten die Touch-Bedienung, der Klang, die verschiedenen ANC-Modi und auch die App, die haben mir hier bei den Kopfhörern wirklich gut gefallen. Alle Infos zu den Kopfhörern und vieles weitere findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.